Willkommen zu einem neuen Projekt, zusammen mit Timo. Hallo. Was spielen wir? Erklär. Wir spielen. Wer hätt's gedacht? Ganz oldschool Minecraft 1.12. Also so oldschool ist es ja dann eigentlich nicht, wenn es 1.12 ist, ne? Ja, aber Minecraft Skyblock gab's schon vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren? Vor Minecraft gab's das schon, ne? Richtig. Genau. So, bauen wir den Baum ab. Fortschritt. Advanced, 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 Skyblock, Root, Title, nice. Die Achievements werden hier nicht richtig angezeigt. Die sind bei der Map dabei. Vielleicht, wenn irgendjemand was davon weiß, wenn irgendjemand Ahnung davon hat. Nicht so wie wir. Schreibt uns mal bitte, wie das geht. Wir verzweifeln hier. So, wir haben Eis, Lavaeimer. Wir haben Kürbiskerne, um uns Kürbisse anzupflanzen. Wir haben Zuckerrohr, um Zuckerrohr anzupflanzen. Wir haben Melonen, um Melonen anzupflanzen. Ganz viel haben wir. Äh, grab schon mal die Erde weg, dann kümmere ich mich in der Zeit um ein Sapling. Dann gib mir mal Holz. Was ist in der Kiste? Ich hab nur schon mal ne Spitzhacke gemacht, weil die werde ich ja gleich brauchen. Jo. Ähm. Ich brauch nur eine Schaufel. Ey, jetzt kommt hier kein Zeppling raus aus diesem Scheißbaum, ne? Ey, hier kommt kein Zeppling raus. Was? Mhm. Nein, da kam einfach keiner. Ist einfach kein Zeppling rausgekommen. Das ist gut. Ja, dann müssen wir uns mit, äh, zu so einer Insel bauen. Ja, mit Kobbelstron hinterher. Gib mal schon mal her, dann kann ich schon mal, äh... Gibt's noch irgendeine Möglichkeit sich Erde herzustellen? Nein. Ja, der wächst ja nun mal nicht auf Bäumen, ne? Ja, da ist aber ein Grasblock übrig, ne? Warte. Lass den übrig, das soll hier runter wachsen. Sonst haben wir halt keinen Grasblock mehr. Ja. Naja, brauchen wir nicht. Ähm. Ich baue schon mal den Kobbelstron Generator. Kurze Frage, hast du die Sachen auch angemacht jetzt wieder? Welche Sachen? Die Game Rules. Äh, ich glaub, die sind noch an. Das wäre von Vorteil. Ähm. Jetzt sind sie an. So. Hast du noch Blöcke, dann gib mal her, dann kann ich schon mal die Form bauen für das. Ich wollte das auch gerade machen. Ja, dann mach doch. Mach ich auch. So. So, wie muss das denn jetzt? Äh. Denk an das Loch fürs Wasser. Ja. So. Und. So. Ne. Ein weiter. Ein weiter. Wir brauchen ja noch einen Platz fürs Kobbelstron. Wir haben Kobbelstron. Juhu. So. Jetzt baue ich's ab. Gucken wir, ob es funktioniert hat. Ja, hat's. Es funktioniert. Kobbelstron Generator Title. Nächste Archivement. Toll. Ich sag immer Archivement. Das ist voll falsch ausgesprochen. Aber ist egal. Total. Ich hab hier einen Block drüber. Damit. Nach über das Wasser auch einen Block drüber, damit das nicht wieder einfriert. Ich hab keine Blöcke. Das ist blöd. Ich hab Holzbretter. Ja. Die verschwenden wir nicht, weil wir ja kein Holz haben. Ja. Wir können uns jetzt gleich erstmal richtig schön zu so einer Insel bauen. Richtig. Weil da gibt's ja noch Holz. Halt kein Eichenholz mehr, aber. Ich hab jetzt 10, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich setz mal hier noch einen Block dran. Damit das runter wachsen kann. Jo. Ähm. Dann mach ich hier schon mal so Half-Dinger. Auf. Genau. Und würde dir die Spitzhacke geben. Dann kannst du weitermachen. Und ich. Du musst jetzt dich schon aufgesammelt haben. Und ich baue mich mal. Ja. So wollte ich mich eigentlich nicht bauen. Fuck. Äh. Genau so. Und zwar unten. Für jeden, der es nicht weiß. Damit uns die Monster nix tun können. Weil die auf halben Blöcken nicht spawnen. So. Wenn du wieder welche. Ich bin runter gesprungen. Ja. Ja. Erster Tod geht auf mich. Hier ist ne Lücke. Hast du schon wieder welche? Dann gib schon mal. Bau nicht mit Blöcken. Bau mit Half-Ding. Du hast sie aufgesammelt. Nein. Hab ich nicht. Oh. Da sind sie. Ja. Hab ich. Du hast recht. Ich hatte sie. Denn da müsste es ein. Je nachdem zu welcher Insel wir gehen. Ein Birken-Sapling geben. Hoffentlich gehen wir jetzt nicht ausgerechnet zu Sandinsel. Das wäre blöd. Ja. Die Sandinsel. Die müssen wir komplett untergraben und so. Ich weiß. Deswegen sag ich ja hoffentlich ist das jetzt nicht die Sandinsel. Wohin gehst du denn? In diese Richtung. Warte ich. Äh. Ne. Ich glaub doch. Das ist die Sandinsel. Woher willst du es wissen? Ich glaub schon. Hast du wieder Blöcke für mich? Nein. Das ist gut. Äh. Ich kann aber die Insel noch nicht mal sehen. Also. Hui. Das wird. Ein lustiges Projekt. Ein langwieriges Projekt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon kommen. Kein Holz mehr haben. Äh. Nein. Das ist. Das ist glaube ich nicht die Sandinsel. Dann ist es gut. Nein. Das ist eine Dschungelinsel. Mit einem. Mit. Da wachsen so ranken halt. Das ist gut. Und einen Baum. Aber bau den Baum noch nicht ab ne. Boah. Erst so eine Plattform da drum. Ja. Danke. So. Alle Inseln die wir finden. Besonders um die Sandinsel bauen wir erstmal so eine Plattform so eine Grundform dort. Bevor wir da irgendwas machen. Ja. Das wäre sinnvoll. Wir brauchen halt auf jeden Fall ein Sapling von diesem Baum. Sonst kann man direkt zur nächsten Insel bauen. Ja. Aber ich brauche glaube ich noch mehr Blöcke. Das hat glaube ich noch nicht gereicht. Kommt mir so. Dann habe ich mein Sichtfeld. Option doch. Ich. Das kommt mir voll langsam vor irgendwie. Ich weiß aber nicht warum. Naja. Blöcke? Jo. 32 Stück. Boah du bist ja. Mhm. Manchmal spawnt äh da ist der Kabel Stone Block äh schneller und manchmal langsamer. Ja das ist aber normal. Ganz komisch. Achte hinter dir immer auf Monster. Ich meine da werden keine spawnen aber achte trotzdem drauf. Ähm. Ja noch können hier keine Monster spawnen. Weil es noch zu hell ist. Monster spawnen erst ab äh einem Lichtlevel von unter 8 glaube ich oder ab 7. Und woher soll ich mit meinem Shader das Lichtlevel sehen? Äh. Drück mal F3. Da steht Light und ich stehe im Moment in 15. Ähm. Werden hier keine Monster spawnen. Keine Ahnung wo aber ist mir jetzt gerade auch hier. Wo soll das stehen? Äh. Links. So ungefähr. Ein bisschen über der Mitte des Bildschirms. Da steht Light und dann Doppelpunkt bei mir 15. Ähm. Bei mir steht 0. Okay. Das ist gut. Ja. Wahrscheinlich weil du den Shader drin hast. Ja wahrscheinlich weil ich einfach irre weit weg bin. Wie irre weit weg? Von was halt? Ja du hast ja noch die Lava die scheint ja durch den Block ein bisschen durch. Nein. Es kommt vom Sky steht hier. Hm. Ich glaube ich brauch sogar noch mehr wieder kommen überhaupt dahin zu kommen. Das wird nicht reichen. Ja ich hab gleich wieder ein Stack. Jo was das jetzt ist hier alles. Ach keine Ahnung das ist voll komisch mit dem Shader. Jetzt ist hier irgendwas. Wie jetzt ist hier irgendwas gekommen. Irgendwie so komisch. Keine Ahnung. Oh. Kollektor. Bitteschön. Dankeschön. Ist halt ziemlich dunkel alles aber ist egal. Passt. Ich mach das heller und dann. Das sind zwei Stacks und vier. Diesen beiden Stacks sollte ich auf jeden Fall hinkommen. Ich muss jetzt schon Ewigkeiten laufen. Da hinten ist auch noch mal so ein bisschen Erde halt. Aber halt nicht viel. Ich hoffe du hast hier inzwischen eine Steinhacke gemacht ne. Naja hab ich. Nicht dass du immer noch mit dem Holz Ding umhackst. Hier gibt es auch noch mal Wasser. Wasser. Und zwei Seerosen. Gut. Wenn wir nämlich Wasser haben können wir uns direkt ne unendliche Quelle machen. Eben drum. Boah. Ich mach wahrscheinlich jetzt hier grad ganz dumme Sachen aber ist mir egal. So. Jetzt hab ich hier auf jeden Fall was drunter gebaut. Das heißt wenn ich jetzt diesen Baum hier fälle. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Bis auf die Tatsache dass ich mich mehrmals verbaut habe. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig ne. so passt. Dem Baum. So haben wir müssen wir brauchen wir Ranken oder sowas. Soll ich die soll ich da irgendwie was machen. Ja ich kann nichts machen. Das sie bleiben das Problem. Nö. So, ich bau jetzt hier diesen Baum ab. Das ist wahrscheinlich ganz normales Eichenholz, also eine ganz normale Eiche, ja. Und dann können wir halt hoffen, dass da jetzt ein Sapling rauskommt. Ja. Sonst ist blöd. Sonst ist richtig doof. Wir brauchen nämlich auch mal was zu essen, demnächst. Ich hab einen, nehmen wir auf jeden Fall jetzt ein Sapling, aber auch nur einer ist rausgekommen. Ja, den müssen wir anbauen, dann läuft der schon. So. Aber ich bau den bei uns an, nicht da hinten. Ja. So, nach 20 Jahren bin ich dann mal wieder hier und bau den Sapling noch an, dann haben wir die Folge schon vorbei. Aber in den Wasserstrahl. Ja, lässt sich ändern, warte. Mh, den setzen wir hier hin. Da, dann baue ich hier noch so ein bisschen Stein erstmal drumherum. So. Dann müssen wir auch bald schon eine Monster-Plattform bauen, ne? Jo. Wo bist du eigentlich? Da bist du. Ähm, dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Ihr könnt uns gerne abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 K интерallера.